Was ist eigentlich eine On-Page-Optimierung? Mein Name ist Michael Bernick, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing und in diesem Video stelle ich Ihnen die On-Page-Analyse oder On-Page-Optimierung vor. Ja, Sie haben vielleicht schon mal von der On-Page-Optimierung gehört. Im Zweifelsfalle hat Ihnen ein sogenannter SEO auch etwas davon erzählt. Wir sind also hier mit einem Begriff unterwegs, der ein fachlicher Terminus ist, aus dem Gesamtkontext der Suchmaschinenoptimierung. Leider ist bei vielen Begriffen aus diesem Kontext Suchmaschinenoptimierung keine wissenschaftlich exakte Definition vorhanden. Und insbesondere auch das Bedeutungsgerüst und die Inhalte so eines Begriffes verändern sich sehr, sehr schnell, weil das ganze Thema Suchmaschinenmarketing ein sehr dynamisches Thema ist. Also On-Page-Optimierungen sind ein Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung und die wiederum ist ein Teil des Online-Marketings. On-Page, der Name sagt es schon, das sind alle Maßnahmen, die man ergreift, die auf der Webseite selber zum Tragen kommen. Die Idee dahinter ist, dass es einen sogenannten Google-Bot gibt, der von Google losgeschickt wird und eine Seite analysiert. Diese Analyse soll möglichst positiv ausfallen für diese Webseite. Also optimiert man auf der Seite einige Elemente, sodass der Google-Bot zu der Erkenntnis kommt, aha, diese Webseite ist vertrauenswürdig, die ist gut und ich sortiere die mal in dem Suchergebnis möglichst weit oben aus. Bei der Fragestellung, welche Faktoren zur On-Page-Analyse gehören, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche mal so drei, vier Faktoren darzustellen, damit Sie so ein bisschen den Hintergrund dazu kennen. Also als allererstes mal gibt es ein paar technische Themen. Also der Google-Bot braucht eine schnelle Webseite. Das heißt, ich versuche jetzt auf der Seite, möglichst Geschwindigkeit nach vorne zu stellen. Das heißt, die Grafiken schon zu komprimieren, dem Google-Bot möglichst wenig Barrieren aufzubauen, möglichst wenig Skripte abzulaufen zu lassen. Also so ein paar technische Themen, sodass dieser Bot schnell zugreifen kann und schnell diese Informationen bekommt. Dann so ein ganz wichtiges Thema momentan, Content, also Inhalt. Dieser Google-Bot versucht ja jetzt, diese Frage für sich zu beantworten. Ist diese Seite vertrauenswürdig und kann ich diese Seite jetzt in meinem Suchergebnis möglichst weit oben einzusortieren? Also passt der Inhalt zu dem Suchbegriff, den der Kunde hinter der Suchmaschine eingibt? So, und das ist Inhalt, Content. Also worum dreht sich dieser Text, den man da hat? Man versucht also jetzt, wenn man sagt zum Beispiel, ich möchte für das Wort Pizza-Service in Köln gefunden werden, dann versuche ich halt eben dieses Keyword Pizza-Service Köln auf der Webseite gut darzustellen. Schreibt möglichst viele Texte, beschreibt, was es dort für Produkte gibt, was einen erwarten kann, wo man den Pizza-Service findet, all solche Themen. Das ist Content. Das ist ein sogenannter On-Page-Faktor. Ich versuche dann zum Beispiel innerhalb der Webseite Verlinkungen noch aufzubauen. Ich versuche das Keyword an die richtigen Stellen zu verteilen, sodass halt hinterher dieser Google-Bot, wenn er auf der Seite drauf ist, möglichst die Ergebnisse so übernehmen kann, dass sie zu ihm passen. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die zu diesem On-Page-Optimierungen zählen, die sich auch zum Teil verändern, die zum Teil auch mehr angereichert werden, wo die Gewichtungen sich verändern. Wichtig ist es dabei, dabei zu bleiben. Also googeln Sie ruhig mal, was sind denn eigentlich die On-Page-Faktoren, die man optimieren muss. Fragen Sie Ihre SEO-Agentur, Ihren SEO-Dienstleister, der wird Ihnen dazu was berichten können. Und gehen Sie mal davon aus, dass sich das Thema schnell verändert und keiner so richtig weiß, um was es eigentlich geht. Also Google hat bis heute diese Formel nicht sauber veröffentlicht. Das heißt, viele Menschen versuchen herauszukriegen, was ist da eigentlich los. Interessanterweise, wenn Sie die Kernthemen, die immer wieder zitiert werden, eigentlich beachten, dann kommt eigentlich ein ganz gutes Ergebnis hinten raus. Also On-Page-Optimierung ist nichts anderes, als die Texte so aufzubereiten, dass der Google-Bot, also die Suchmaschine Google, besser mit ihren Texten zurechtkommt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen Licht in das Dunkel bringen. Mein Name ist Michael Bernecke, ich bin Geschäftsführer vom Deutschen Institut für Marketing. Ja, Bots sind aktuell ein ganz heißes Thema. Da meint man allerdings die sogenannten Chatbots. Das heißt also Konstellationen, wo Sie, ich, wir irgendwie auf einer Webseite eine Frage stellen und da kriegen wir eine Antwort. Und die Antwort kommt nicht von einem realen Menschen, sondern die kommen von einer automatisierten Software. Diese Chatbots darf man nicht verwechseln mit dem sogenannten Google-Bot.